Links auf die Matte A und sehen nun die letzten drei Finalkämpfe der deutschen Meisterschaften 2022. Beginnen werden wir in der Gewichtsklasse bis 57 kg. Im rohen Trikot Hamza Solimano vom RSV Rheinbach in Nordrhein-Westfalen. Und im blauen Trikot sehen wir aus Südbaden Dario Cicciati. Im rohen Trikot Hamza Solimano vom RSV Rheinbach in Nordrhein-Westfalen. Im rohen Trikot Hamza Solimano vom RSV Rheinbach in Nordrhein-Westfalen. Im rohen Trikot Hamza Solimano vom RSV Rheinbach in Nordrhein-Westfalen. Im rohen Trikot Hamza Solimano vom RSV Rheinbach in Nordrhein-Westfalen. Im rohen Trikot Hamza Solimano vom RSV Rheinbach in Nordrhein-Westfalen. Im rohen Trikot Hamza Solimano vom RSV Rheinbach in Nordrhein-Westfalen. Im rohen Trikot Hamza Solimano vom RSV Rheinbach in Nordrhein-Westfalen. Im rohen Trikot Hamza Solimano vom RSV Rheinbach in Nordrhein-Westfalen. Im rohen Trikot Hamza Solimano vom RSV Rheinbach in Nordrhein-Westfalen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020